Jetzt kommen wir zum zwölften Punkt der Tagesordnung. Jetzt geht es um das Thema Kinderbetreuung. Das ist der zwölfte Tagesordnungspunkt. Die Bund-Länder-Vereinbarung zur Kinderbetreuung wird verlängert. Durch einen Zweckzuschuss in der Höhe von 52,5 Millionen Euro will der Bund den qualitativen und quantitativen Ausbau des Kinderbetreuungsangebots auch im kommenden Jahr weiter voran treiben. Von Seiten der Länder ist ein Kofinanzierungsanteil von 35 Prozent vorgesehen.